Mrs. Bixby und der Mantel des Oberst Amerika ist das Land der reichen Frauen. Schon jetzt besitzen sie 85% des Nationalvermögens, bald wird es ihnen ganz gehören. Die Scheidung ist ein lukratives Unternehmen geworden, einfach zu arrangieren, leicht zu vergessen. Ehrgeizige Frauen können diesen Weg so oft beschreiten, wie sie Lust haben und dabei ihren Gewinn ins Ungemessene steigern. Auch der Tod des Ehemannes ist durchaus rentabel und manche Damen ziehen es vor, sich an diese Methode zu halten. Sie wissen, dass die Wartezeit nicht allzu lang sein wird, denn Überarbeitung und nervöse Belastung werden den armen Teufel bald fertig machen, sodass er an seinem Schreibtisch stirbt. In der einen Hand eine Flasche mit anregenden Tropfen, in der anderen eine Schachtel mit Beruhigungspehen. Eine Generation junger Amerikaner nach der anderen nimmt dieses erschreckende Geschehen, mag es nun Scheidung oder Tod heißen, zur Kenntnis, ohne sich im Geringsten abschrecken zu lassen. Je höher die Scheidungskurve steigt, desto eifriger werden sie. Junge Männer heiraten wie die Mäuse, bevor sie trocken hinter den Ohren sind und viele von ihnen haben mit 36 Jahren schon mindestens zwei geschiedene Frauen zu versorgen. Um diesen Damen ein Leben zu bieten, wie sie es gewohnt sind, müssen die Männer arbeiten, als wären sie Sklaven, was sie natürlich auch sind. Und dann, wenn sie das vorzeitige Nahen des Eiter spüren, regt sich in ihnen ein Gefühl der Angst, der Enttäuschung. So sitzen sie denn abends gern gruppenweise in Clubs oder Bars zusammen, trinken Whisky, schlucken Pillen und suchen einander mit Geschichten erzählen zu trösten. Das Grundthema dieser Geschichte ändert sich nie. Im Mittelpunkt der Handlung stehen immer drei Personen, ein Mann, seine Frau und der gewissenlose Kerl. Der Gatte ist ein sauberer, anständiger Mensch, der an seinem Beruf schwer arbeitet. Die Frau ist durchtrieben, hinterlistig, sinnlich und hat unweigerlich ein Techtelmächtel mit dem gewissenlosen Kerl. Der Mann ist viel zu gut, als dass er ihr misstraute. Für ihn sieht es trübe aus, aber halt! Durch einen genialen Streich bringt es der Ehemann plötzlich fertig, die Ungetreue mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Sie ist verblüfft, bestürzt, gedemütigt und besiegt. Die Zuhörerrunde in der Bar lächelt still in sich hinein und schöpft aus diesem Fantasiegebilde ein wenig neuen Mut. Solche Geschichten sind viele im Umlauf, aber die meisten von ihnen sind entweder so albern, dass es sich nicht lohnt, sie weiterzuerzählen, oder so gewagt, dass man sie nicht zu Papier bringen kann. Eine jedoch ist dabei, die mir besser erscheint als die anderen, zumal sie den Vorzug hat, wahr zu sein. Sie ist äußerst beliebt bei zwei- oder dreimal gehörnten, trostsuchenden Männern, und falls sie zu diesen gehören und die Geschichte noch nicht kennen, so werden sie vielleicht Spaß an ihr haben. Die Geschichte heißt »Mrs. Bixby und der Mantel des Obersts«. Und hier ist sie. Mr. und Mrs. Bixby bewohnten irgendwo in New York City eine kleine Wohnung. Mr. Bixby war Zahnarzt und hatte ein durchschnittliches Einkommen. Mrs. Bixby war eine große, kräftige Frau mit feuchten Lippen. Einmal im Monat, immer an einem Freitagnachmittag, setzte sich Mrs. Bixby in einen Zug und fuhr nach Baltimore, um ihre alte Tante zu besuchen. Die Nacht verbrachte sie bei der Tante und tags darauf kehrte sie nach New York zurück, zeitig genug, um für ihren Mann das Abendessen zu bereiten. Gutartig wie er war, fand sich Mr. Bixby mit dieser Dauereinrichtung ab. Er wusste, dass Tante Mort in Baltimore lebte und dass seine Frau sehr an der alten Dame hing. Es wäre daher höchst unvernünftig gewesen, hätte er den beiden die Freude des monatlichen Zusammenseins verweigert. Soweit war alles gut. Allerdings muss gesagt werden, dass die Tante nicht viel mehr als ein bequemes Alibi für Mrs. Bixby war. Im Hintergrund lauerte der gewissenlose Kerl in Gestalt eines als »der Oberst« bekannten Herrn und unsere Heldin verbrachte den größten Teil ihres Aufenthalts in Baltimore mit diesem Schurken. Der Oberst war außerordentlich reich, er lebte in einem entzückenden Haus am Stadtrand, unbehindert von Frau oder Familie, nur mit ein paar treuen und diskreten Dienstboten. So ging es Jahr um Jahr, und nichts störte die Liaison zwischen Mrs. Bixby und dem Oberst. Sie waren selten zusammen. Zwölfmal im Jahr ist nicht viel, wenn man es recht bedenkt, und so war praktisch nicht damit zu rechnen, dass einer des anderen überdrüssig würde. Im Gegenteil. Die langen Pausen zwischen den einzelnen Begegnungen förderten die Zärtlichkeit, und jedes Wiedersehen war ein aufregendes Erlebnis. »Hallo«, rief der Oberst jedes Mal, wenn er sie vom Bahnhof abholte. »Ich hatte schon beinahe vergessen, wie entzückend du bist, Liebste.« Acht Jahre verstrichen. Kurz vor Weihnachten stand Mrs. Bixby wieder einmal auf dem Bahnhof von Baltimore und wartete auf den Zug, der sie nach New York zurückbringen sollte. Der Besuch, der hinter ihr lag, war besonders erfreulich gewesen. Sie war sehr vergnügt. Das Zusammensein mit dem Oberst wirkte sich übrigens immer vorteilhaft auf ihre Stimmung aus. Er hatte die Gabe, sie so zu behandeln, dass sie sich wie ein Ausnahmegeschöpf vorkam, wie ein zartes, exotisches Wesen von ungeheurer Anziehungskraft. Ganz anders dagegen ihr Mann, der Zahnarzt. In seiner Nähe kam sie sich nur wie eine Art ewiger Patient vor, wie jemand, der im Wartezimmer inmitten von Illustrierten sitzt und selten, wenn überhaupt jemals, hereingerufen wird, um die geschickte Berührung der sauberen, rosigen Hände zu erdulden. »Der Herr Oberst hat mir aufgetragen, Ihnen dies zu übergeben,« sagte eine Stimme neben ihr. Sie drehte sich um und sah Wilkins, den Dienstboten des Obersts. Er legte ihr einen großen, flachen Karton in die Arme. »Du meine Güte,« rief sie, »das ist ja ein riesiges Ding. Was ist es denn, Wilkins? Haben Sie einen Brief für mich? Sollen Sie mir etwas ausrichten?« »Nichts,« antwortete der Dienstbote und entfernte sich. Im Zug brachte Mrs. Bixby den Karton in die Einsamkeit eines Waschraums und verriegelte die Tür. Wie aufregend das war! Ein Weihnachtsgeschenk des Obersts! »Bestimmt ein Kleid,« sagte sie, »vielleicht sogar zwei, oder eine Menge wundervoller Unterwäsche. Nachsehen will ich nicht, nur nachfühlen und raten, was es ist, welche Farbe es hat und wie es aussieht und was es gekostet hat.« Sie machte die Augen fest zu, hob den Deckel und griff mit einer Hand in den Karton. Obenauf lag Seidenpapier. Es war weich und raschelte. Auch ein Briefumschlag oder eine Karte war dabei. Sie kümmerte sich nicht darum und schob die Finger tastend unter das Seidenpapier. »Mein Gott!«, rief sie plötzlich, »das ist doch nicht möglich!« Sie riß die Augen weit auf und starrte den Mantel an. Dann griff sie hastig zu und hob ihn aus dem Karton. Die dicken Pelzschichten machten ein angenehmes Geräusch, als sie beim Ausbreiten das Seidenpapier streiften, und nun hing der Mantel in seiner ganzen Länge zwischen Mrs. Bixbys erhobenen Armen. Ihr stockte der Atem. So einen Nerz hatte sie noch nie gesehen. Es war doch Nerz, oder? Ja, natürlich war es Nerz, aber was für eine herrliche Farbe! Dieses reine Schwarz! Das heißt, sie hielt es für schwarz, aber als sie mit dem Pelz näher ins Fenster ging, stellte sie fest, dass ein Hauch von Blau drin war. Ein tiefes, kräftiges Blau, wie Kobalt. Was mochte der Mantel gekostet haben? Sie wagte kaum zu raten. Viertausend Dollar? Fünf, sechs? Womöglich noch mehr! Die Versuchung, ihn auf der Stelle anzuprobieren, war übermächtig. Rasch zog sie ihren einfachen roten Mantel aus. Ihr Herz klopfte weht, und ihre Augen waren fast unnatürlich geweitet. Gott, wie sich dieser Pelz anfühlte! Der große, schwarze Mantel schien ganz von selbst über sie zu gleiten, wie eine zweite Haut. Was für ein herrliches Gefühl! Sie betrachtete sich im Spiegel. Fantastisch! Fantastisch! Plötzlich war sie ein anderer Mensch. Sie sah blendend aus, strahlend, reich, glänzend, aufregend, begehrenswert, alles auf einmal. Wie eine Königin kam sie sich vor. Mrs. Bixby nahm das Kuvert, das in dem Karton lag, riss es auf und zog den Brief des Obersts heraus. Du hast einmal gesagt, dass du eine Vorliebe für Nerz hast, und deshalb habe ich dir diesen Mantel besorgt. Man hat mir versichert, es sei sehr guter Nerz. Bitte nimm ihn mit meinen aufrichtigen, guten Wünschen als Abschiedsgeschenk, denn aus persönlichen Gründen werde ich nicht mehr in der Lage sein, dich wiederzusehen. Leb wohl und alles Gute! Wie denn? Man stelle sich das vor, einfach so, aus heiterem Himmel. Gerade jetzt, wo sie so glücklich war, kein Oberst mehr? Was für ein furchtbarer Schock! Sie würde ihn entsetzlich vermissen. Langsam strich Mrs. Bixby über den wunderschönen, schwarzen Pelz des Mantels. Hm! Was dir der Morgen nimmt, schenkt dir der Abend. Lächelnd feitete sie den Brief zusammen, in der Absicht, ihn zu zerreißen und aus dem Fenster zu werfen, bemerkte dabei aber, dass auf der Rückseite auch etwas stand. P.S. Am besten sagst du, es sei ein Weihnachtsgeschenk von deiner netten, alten Tante. Mrs. Bixbys Mund, der sich in einem weichen Lächeln gedehnt hatte, schnappte zurück wie ein Gummiband. Der Mann ist ja verrückt geworden, rief sie. So viel Geld hat Tante Mort gar nicht. Nie konnte sie mir so etwas kaufen. Aber wenn Tante Mort ihn nicht gekauft hatte, wer dann? In ihrer Ungeduld, den Mantel auszupacken und anzuprobieren, hatte sie diesen wesentlichen Umstand ganz übersehen. In ein paar Stunden würde sie in New York sein, zehn Minuten später zu Hause bei ihrem Mann und selbst ein Mann wie Cyril, der in einer dunklen, gleichgültigen Welt von Wurzelkanälen, Backenzähnen und Karies lebte, würde zweifellos einige Fragen stellen, wenn seine Frau plötzlich in einem 6.000-Dollar-Narz von einer Wochenendfahrt zurückkehrte. Alle Wetter, sagte sie zu sich selbst. Ich glaube, das hat der verwünschte Oberst absichtlich getan, um mich zu quälen. Er weiß genau, dass Tante Mort nicht das Geld hat, so etwas zu kaufen. Also ist ihm auch klar gewesen, dass ich den Mantel nicht behalten kann. Doch der Gedanke, sich von dem Nerz zu trennen, war für Mrs. Bixby einfach unvorstellbar. Ich muss den Mantel haben, sagte sie laut. Ich muss, ich muss ihn haben. Schön, meine Liebe, Du sollst ihn ja haben. Reg dich nicht auf. Bleibe ganz ruhig und denke nach. Du bist doch ein kluges Mädchen, nicht wahr? Du hast ihm oft genug ein X für ein U vorgemacht. Dein Mann kann nicht weiter sehen als bis zum Ende seiner Sonde, das weißt du. Setz dich also hin und überlege. Zeit hast du genug. Zweieinhalb Stunden später verließ Mrs. Bixby den Zug und eilte zum Ausgang. Sie trug ihren alten roten Mantel und hielt den Pappkarton im Arm. Draußen winkte sie einem Taxi. Wissen Sie vielleicht, ob es hier in der Nähe eine Pfandleihe gibt, die noch offen hat? fragte sie den Chauffeur. Der Mann hinter dem Lenkrad hob die braunen und sah Mrs. Bixby belustigt an. In der 6th Avenue sind eine Menge, antwortete er. Halten Sie bitte bei der ersten, die Sie sehen. Damit stieg sie ein und sie fuhren los. Weit hielt das Taxi vor einem Laden, über dessen Tür drei Messingkugeln hingen. Warten Sie bitte, sagte Mrs. Bixby zu dem Chauffeur und ging in die Pfandleihe. Ja, bitte? Der Besitzer tauchte aus dem dunklen Hintergrund des Ladens auf. Guten Abend, sagte Mrs. Bixby. Mir ist da etwas Dummes passiert, begann sie. Ich habe mein Portemonnaie verloren. Heute ist Sonnabend, bis Montag sind alle Banken zu und ich brauche dringend Geld fürs Wochenende. Dies ist ein sehr wertvoller Mantel, aber viel Geld will ich gar nicht darauf haben, nur eine kleine Summe, damit ich mir bis Montag durchhelfen kann. Dann komme ich wieder und löse ihn aus. Der Mann wartete schweigend. Als sie jedoch den Nerz hervorholte und den herrlichen, dicken Pelz über den Ladentisch breitete, zog er die Brauen hoch. Wenn ich eine Uhr oder einen Ring bei mir hätte, fuhr Mrs. Bixby fort, dann würde ich Ihnen ja lieber das geben, aber ich habe tatsächlich nichts anderes als diesen Mantel. Sie zeigte ihm ihre gespreizten Finger. Er sieht neu aus, sagte der Mann und betastete zärtlich das weiche Fell. Oh ja, das ist er auch. Trotzdem möchte ich, wie gesagt, nur so viel haben, dass es bis Montag langt. Vielleicht 50 Dollar? 50 Dollar will ich Ihnen leihen. Er ist hundertmal mehr wert, ich weiß. Sie werden ihn gut aufheben, bis ich wiederkomme, oder? Der Mann öffnete eine Schublade, nahm einen Pfandschein heraus und legte ihn auf den Ladentisch. Der Schein sah aus wie einer jener Gepäckanhänger, die man an Koffern befestigt. Er hatte die gleiche Form und Größe und war aus dem gleichen festen bräunlichen Papier. Nur war er in der Mitte perforiert, sodass man ihn auseinanderreißen konnte. Der Aufdruck auf der oberen Hälfte entsprach genau dem der unteren. Name? Lassen Sie ihn weg, und die Adresse auch. Sie brauchen doch Namen und Adresse nicht zu notieren, nicht wahr? Der Mann zuckte die Achseln. Mir wäre das nämlich lieber, sagte Mrs. Bixby. Es ist eine rein persönliche Angelegenheit, wissen Sie? Dann passen Sie aber auf, dass Sie den Pfandschein nicht verlieren. Oh, ich verliere ihn bestimmt nicht. Es ist Ihnen klar, dass jeder, der Ihnen die Hände bekommt, den Gegenstand abholen kann. Ja, das weiß ich. Nur auf die Nummer hin. Ja, 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 ich weiß. Was soll ich als Beschreibung angeben? Nichts. Danke sehr. Sie sollten doch lieber eine Beschreibung angeben. Das erleichtert die Sache, wenn Sie den Schein verkaufen möchten. Ich habe nicht die Absicht, ihn zu verkaufen. Vielleicht müssen Sie es mal tun. Sowas kommt vor. Hören Sie, ich sitze nicht auf dem Trocknen, wie Sie zu glauben scheinen. Ich habe mein Portemonnaie verloren. Verstehen Sie das nicht? Machen Sie, was Sie wollen. Es ist Ihr Mantel. Plötzlich kam mir ein unangenehmer Gedanke. Sagen Sie, wenn keine Beschreibung auf meinem Schein steht, welche Sicherheit habe ich dann, dass Sie mir beim Auslösen meinen Mantel wiedergeben und nicht irgendetwas anderes? Die Bücher. Es geht durch die Bücher. Aber ich habe ja nichts als die Nummer. Also könnten Sie mir doch jeden x-beliebigen Plunder andrehen, nicht wahr? Wünschen Sie eine Beschreibung oder nicht? fragte der Mann. Nein. Ich vertraue Ihnen. Der Mann schrieb 50 Dollar auf beide Abschnitte des Scheins, riss ihn dann längs der Parforierung durch und schob Mrs. Bixby die untere Hälfte hin. Dann nahm er eine Brieftasche aus seiner Jacke und zog fünf Zehn-Dollar-Scheine heraus. Vielen Dank. Sie geben doch gut Acht auf den Mantel, ja? Der Mann nickte nur. Mrs. Bixby drehte sich um, ging hinaus und stieg in das Warten der Taxi. Zehn Minuten darauf war sie zu Hause. Liebling, sagte sie, während sie sich über ihren Mann beugte und ihm einen Kuss gab. Hast du mich vermisst? Cyril Bixby ließ die Abendzeitung sinken und blickte auf seine Armbanduhr. Es ist zwölf und eine halbe Minute nach sechs, stellte er fest. Du hast dich etwas verspätet, nicht wahr? Ich weiß. Das liegt an diesen entsetzlichen Zügen. Von Tante Mord soll ich dich wie immer herzlich grüßen. Und jetzt muss ich unbedingt einen Schluck trinken. Du auch? Mr. Bixby feitete seine Zeitung zu einem sauberen Rechteck zusammen und legte sie auf die Armlehne des Sessels. Dann erhob er sich und ging zur Anrichte hinüber. Aber seine Frau blieb mitten im Zimmer stehen, zog ihre Handschuhe aus und beobachtete ihn genau, während sie überlegte, wie lange sie wohl warten müsse. Er kehrte ihr jetzt den Rücken zu, stand ein wenig gebückt, hielt das Messglas für den Gym dicht vor die Augen und starrte hinein wie in den Mund eines Patienten. Merkwürdig, wie klein er einmal nach dem Oberst wirkte. Ich muss ihn dazu bringen, sich anders zu kleiden, sagte sie sich. Noch nie habe ich so etwas Lächerliches gesehen. Sarah selbst schien sich allerdings für einen zweiten Bo Brummel zu halten. Wenn er in seinem Sprechzimmer Patientinnen empfing, trug er den weißen Kittel unweigerlich offen, damit die Aufmachung darunter zur Geltung kam. Allem Anschein nach versuchte er auf diese Weise den Eindruck zu erwecken, er sei kein ganz ungefährlicher Mann. Mrs. Bixby aber wusste das besser. Das Gefieder war ein Bluff. Es hatte nichts zu bedeuten. Sie musste immer an einen eiternden Pfau denken, der über den Rasen stolziert und nur noch die Hälfte seiner Federn hat oder an eine dieser dummen, sich selbstbefruchtenden Blumen an Löwenzahn zum Beispiel. Danke, Liebling, sagte sie, nahm den Martini und setzte sich auf das Sofa, ohne ihre Handtasche loszulassen. Und was hast du gestern Abend gemacht? Ich bin in der Praxis geblieben, habe ein paar Prothesen gegossen und dann meine Bücher in Ordnung gebracht. Wirklich, Cyril, es ist höchste Zeit, dass du solche Arbeiten anderen Leuten überlässt. Warum gibst du die Prothesen nicht zum Techniker? Ich mache sie lieber selbst. Natürlich, Liebling, sie sind ja auch Meisterwerke, aber ich möchte nicht, dass du dich überanstrengst. Warum lässt du nicht deine Miss Pultney die Rechnung schreiben? Das gehört doch zu ihrer Arbeit, nicht wahr? Schreibt sie ja auch. Aber zuerst muss ich die Preise festsetzen, denn sie weiß ja nicht, wer reich ist und wer nicht. Der Martini ist ausgezeichnet, sagte Mrs. Bixby und stellte das Glas auf den Tisch. Ganz ausgezeichnet. Sie öffnete ihre Handtasche und zog ein Taschentuch heraus, als wollte sie sich die Nase putzen. Ach, sieh mal, rief sie beim Anblick des Pfandscheins. Das hätte ich beinahe vergessen. Diesen Schein habe ich vorhin im Taxi auf dem Sitz gefunden. Es steht eine Nummer drauf und ich habe ihn mitgenommen, weil ich dachte, es wäre vielleicht ein Lotterielos oder so etwas. Mr. Bixby nahm das braune Stück Papier, das ihm reichte und betrachtete es eingehend von allen Seiten, so genau, als handele es sich um einen kranken Zahn. Weißt du, was das ist? fragte er langsam. Nein, Liebling. Ein Pfandschein. Ein was? Ein Schein von einem Pfandleiher. Hier stehen Name und Adresse der Firma. Irgendwo in der Sixth Avenue. Ach, herrje, da bin ich aber enttäuscht. Ich habe doch so sehr gehofft, es wäre etwas, worauf man Geld gewinnen könnte. Kein Grund, enttäuscht zu sein, meinte Cyril Bixby. Vielleicht wird die Sache sogar ganz amüsant. Wieso amüsant, Liebling? Er erklärte ihr, was es mit Pfandschein auf sich habe und hob hervor, dass der Überbringer des Scheins den Gegenstand ohne weiteres auslösen könne. Mrs. Bixby hörte geduldig zu, bis er seinen Vortrag beendet hatte. Glaubst du, dass sich diese Auslösung lohnt, fragte sie dann. Auf jeden Fall lohnt es sich festzustellen, was es ist. Siehst du, da steht 50 Dollar. Weißt du, was das bedeutet? Nein, äh, was denn? Es bedeutet, dass der betreffende Gegenstand zweifellos einigen Wert hat. Du meinst, dass er 50 Dollar wert ist? Eher 500. 500? Verstehst du denn, ich sagte, ein Pfandleiher gibt niemals mehr als ungefähr ein Zehntel des wirklichen Wertes. Das habe ich nicht gewusst. Ja, du weißt vieles nicht, Kindchen. Jetzt höre zu, da da weder Name noch Adresse des Eigentümers angegeben ist. Meinst du, wir könnten diesen Schein behalten? Natürlich, es ist jetzt unser Schein. Ach, das ist wunderbar, rief sie. Ich finde es schrecklich aufregend, besonders, weil wir gar nicht wissen, was es ist. Alles kann es sein, nicht wahr, Sarah? Einfach alles. Ja, da hast du recht, obwohl es sich höchstwahrscheinlich um einen Ring oder eine Uhr handelt. Aber wäre es nicht fabelhaft, wenn wir eine richtige Kostbarkeit bekämen? Ich meine, etwas wirklich Altes, zum Beispiel eine wunderschöne antike Vase oder eine römische Statue? Was es ist, können wir nicht wissen, meine Liebe. Wir müssen abwarten. Geradezu faszinierend ist das. Gib mir den Schein, ich sause am Montag sofort hin. Das kann ich eben so gut besorgen. Ach nein, rief sie, lass mich gehen. Warum denn? Ich kann sehr gut auf meinem Weg zur Praxis vorbeifahren. Es ist aber mein Schein. Bitte, Cyril, ich möchte so gern selbst gehen. Wieso sollst du allen Spaß haben? Du kennst die Pfandleier nicht, meine Liebe. Und du brauchst 50 Dollar dazu. Die habe ich, antwortete sie. Trotzdem, ich möchte nicht, dass du dich mit dieser Sache befasst. Aber Cyril, ich habe den Schein doch gefunden. Er gehört mir, also gehört mir auch das Pfand. Natürlich gehört es dir, Kindchen. Deswegen brauchst du mich nicht so anzuschreien. Tue ich ja gar nicht. Ich bin aufgeregt, weiter nichts. Ich glaube, du hast noch gar nicht daran gedacht, dass es auch ein ganz männlicher Gegenstand sein kann. Frackhemdenknöpfe zum Beispiel. Bekanntlich gehen nicht nur Frauen zum Pfandleier. Gut, ja, also falls es so etwas ist, schenke ich es dir. Zu Weihnachten erklärte Mrs. Bixby großzügig. Sollte es aber etwas für Frauen sein, dann darf ich es behalten, ja? Nun, das ist nur recht und billig. Sag mal, möchtest du nicht mitkommen, wenn ich es hole? Mrs. Bixby wollte schon zustimmen, besand sich aber gerade noch eines Besseren. Sie hatte keine Lust, von dem Pfandleier in Gegenwart ihres Mannes als alte Kundin begrüßt zu werden. Nein, antwortete sie langsam, lieber nicht. Weißt du, wenn ich zu Hause bleibe und warte, kann ich die Spannung so richtig auskosten. Hoffentlich ist es nichts, was keiner von uns haben mag. Das wäre allerdings auch möglich, meinte er. Nun, wenn ich sehe, dass es keine 50 Dollar wert ist, nehme ich es gar nicht erst. Ach, Cyril, ich kann es kaum erwarten. Ist es nicht spannend? Es ist amüsant, erwiderte er und steckte den Pfandschein in die Westentasche. Sehr amüsant sogar. Endlich kam der Montagmorgen. Mrs. Bixby begleitete ihren Mann nach dem Frühstück hinaus und half ihm in den Mantel. Arbeite nicht zu viel, Liebling, sagte sie. Nein, nein, bestimmt nicht. Wirst du Zeit haben, zu dem Pfandleier zu gehen, fragte sie. Herrgott, das hatte ich ja ganz vergessen. Ich werde ein Taxi nehmen und gleich hinfahren. Ist ja kein großer Umweg. Hast du den Schein auch nicht verloren? Hoffentlich nicht, ergriff in die Westentasche. Nein, nein, hier ist er. Hast du genügend Geld bei dir? Wird schon reichen. Liebster, sagte sie dicht vor ihm, stehend und zog seinen Schlips gerade, obgleich das gar nicht nötig war. Wenn es nun etwas Hübsches ist, etwas, wovon du denkst, dass es mir Freude macht, willst du mich dann anrufen, sobald du in der Praxis bist? Ja gut, wenn dir so viel daran liegt. Weißt du, eigentlich hoffe ich ja, dass es etwas für dich ist, Cyril, ich möchte viel lieber, es wäre etwas für dich als für mich. Ach, das ist rührend von dir, mein Herz. So, jetzt muss ich aber laufen. Etwa eine Stunde später schritte das Telefon. Bevor das erste Läuten verstummt war, hatte Mrs. Bixby schon das Zimmer durchquert und den Hörer abgenommen. Ich habe es, sagte er. Wirklich? Was ist es denn, Cyril? Etwas Schönes? Ho, schöner als schön, rief er. Fantastisch! Warte nur, bis du es zu sehen bekommst. Du wirst in Ohnmacht fein. Schnell, Liebster, was ist es? Ein Glückskind bist du, das muss ich schon sagen. Es ist also für mich? Natürlich ist es für dich. Verdammt will ich sein, wenn ich begreife, wie das nur für 50 Dollar versetzt werden konnte. War bestimmt ein Verrückter. Spann mich doch nicht so auf die Folter, Cyril. Was ist es denn? Rate mal. Mrs. Bixby schwieg. Sei vorsichtig, ermahnte sie sich. Sei jetzt sehr vorsichtig. Eine Halskette? sagte sie. Falsch. Ein, äh, ein Brillantring. Nichts dergleichen. Ich will dir einen Tipp geben. Man trägt es auf der Straße. Ach, auf der Straße? Meinst du so etwas wie, äh, ein Hut? Er lachte. Nein, ein Hut ist es nicht. Um Himmels wehen, Cyril. Warum sagst du es nicht endlich? Weil ich dich überraschen möchte. Heute Abend bringe ich es mit. Nein, das tust du nicht, rief sie. Ich komme sofort hin und hole es mir. Mir wäre lieber, du tätest das nicht. Sei nicht eiberndiebling. Warum soll ich nicht kommen? Weil ich viel zu tun habe. Du bringst mir meine ganze Tageseinteilung durcheinander. Dann komme ich eben in der Mittagspause. Ist das recht? Na, meine Fingen, komm um halb zwei. Punkt halb zwei läutete Mrs. Bixby an der Tür von Mr. Bixbys Praxis. Ihr Mann öffnete ihr selbst in seinem weißen Kittel. Ach, Cyril, ich bin schrecklich aufgeregt. Das gehört sich auch so. Du bist ein Glückskind, weißt du das? Er führte sie über den Korridor ins Sprechzimmer. Sie können jetzt gehen, Miss Paltney, wandte er sich an die Assistentin. Er wartete, bis das Mädchen fort war, ging dann zu dem Wandschrank, in dem er seine Sachen zu hängen pflegte und wies mit dem Finger drauf. Da drinnen ist es, sagte er. Mach die Augen zu. Mrs. Bixby gehorchte. Sie holte tief Atem, hielt ihn an und konnte in der nun folgenden Stille hören, wie ihr Mann die Schranktür öffnete. Ein leises Rascheln verliehte ihr, daß ein Kleidungsstück zwischen den anderen herauszog. So, Augen auf! Ich trau mich nicht, antwortete sie lachend. Na los doch, sei tapfer! Sie kicherte und hob zaghaft das eine Lied. Ganz wenig nur, gerade genug, daß sie dunkel und verschwommen sehen konnte, wie ihr Mann in seinem weißen Kittel dastand und etwas hochhielt. Narz, rief er, echter Narz! Und auf dieses Zauberwort hin öffnete sie rasch die Augen und setzte zum Sprung an, um den Mantel in ihre Arme zu schließen. Aber da war kein Mantel, nur ein lächerlicher, kleiner, pelzkargen Baum hielt in der Hand ihres Mannes. Na, wie wird dir? fragte er und schwenkte das Ding vor ihrem Gesicht. Mrs. Bixby wich einen Schritt zurück und presste die Hand auf den Mund. Gleich schreie ich, dachte sie, gleich schreie ich. Was ist denn, Kindchen, gefällt er dir nicht? Er hörte auf, den Pelzkragen zu schwenken und sah sie erwartungsvoll an. Doch, stieß sie hervor, ich, ich, ich finde ihn reizend, wirklich reizend. Im ersten Augenblick hat's dir den Atem verschlagen, nicht wahr? Allerdings. Großartige Qualität, erklärte er, auch schöne Farbe, weißt du was, Liebes? Ich schätze, dass so ein Stück im Laden mindestens zwei bis dreihundert Dollar kostet. Ja, ganz gewiss. Es waren zwei Fälle, zwei schmale, schäbig aussehende Fälle, jedes mit einem Kopf, mit Glaskügelchen in den Augenhöhen und mit kleinen Pfoten. Das eine hatte das hintere Ende des anderen im Maul und bis darauf. Komm, sagte er, probiere den Kragen mal an. Er beugte sich vor, legte ihr das Ding um und trat bewundernd zurück. Ausgezeichnet, steht dir glänzend. Nerz hat nicht jeder, meine Liebe. Das stimmt. Beim Einkaufen lass ihn lieber zu Hause, sonst halten uns die Leute noch für Millionäre und wir müssen überall das Doppelte zahlen. Ich werde daran denken, Cyril. Ich fürchte nur, dass du jetzt auf andere Weihnachtsgeschenke verzichten musst. Die 50 Dollar waren viel mehr, als ich sonst ausgegeben hätte. Er drehte sich um, trat an dem Waschtisch und fing an, sich die Hände zu waschen. So, geh nun, mein Kind, und leiste dir einen guten Lunch. Ich wäre gerne mitgegangen, aber im Wartezimmer sitzt der alte Gorman mit einer abgebrochenen Klammer an seinem Gebiss. Mrs. Bixby schleppte sich zur Tür. Diesen Pfandleiher ermorde ich, dachte sie. Ich gehe jetzt geradewegs in seinen Laden, werfe ihm den schäbigen Pelzkragen ins Gesicht und wenn er mir meinen Mantel nicht gibt, ermorde ich ihn. Hab ich dir schon gesagt, dass ich heute später komme, fragte Sir Bixby, der sich noch immer die Hände wusch. Nein. Soweit ich's übersehen kann, wird es mindestens halb neun werden, vielleicht sogar neun. Ja gut, auf Wiedersehen. Mrs. Bixby ging hinaus und warf die Tür hinter sich zu. Genau in demselben Augenblick kam Miss Pultney, die Sekretärin und Assistentin, auf ihrem Weg zum Lunch den Korridor entlang gesegelt. Ach, ist heute nicht ein herrlicher Tag, sagte Miss Pultney im Vorbeigehen, während in ihren Augen ein Lächeln aufblitzte. Ihr Gang war beschwingt, ein Hauch von Parfum umwehte sie und sie sah aus wie eine Königin. Genau, wie eine Königin in dem wundervollen schwarzen Nerzmantel, den der Oberst Mrs. Bixby geschenkt hatte.